Ich kriege kein Prostatakarzinom, weil ich habe ein perfektes und erfülltes Sexualleben, habe eine tolle Erektion, also mir kann das nicht passieren. Herr Dr., darf ich da kurz unterbrechen? Das mit dem erfüllten Sexualleben, das ist ja so eine Sache, allein schon die Definition. Das ist für Sie sicher etwas anderes als für uns beide, getrennt voneinander. Und dass das vor Prostatakrebs schützen soll, das ist alles andere als wissenschaftlich erwiesen, oder? Stimmt, hat damit nichts zu tun. Eben. Also wir freuen uns, wenn Sie ein sexuelles, erfülltes Leben haben. Aber der eine oder andere Seitensprung zum Urologen Ihres Vertrauens ist durchaus angesagt. Alle wissenschaftlichen Informationen kommen vom Experten auf lustei.at und ab 45 auf zur Vorsorgeuntersuchung. Schauen Sie, wir Mädchen müssen hier vorsorgen, die Herren müssen hier vorsorgen. Manchmal unangenehm, aber es hilft. Arbeitgewehr Seeley Wettbewerb 暮升 Wettbewerb RM